Willkommen zurück bei den Ninja Captains. Ihr habt euch drauf gefreut, oder? Gebt zu. Gebt es doch einfach zu. Ihr gebt es... Na gut, dann gehen wir zurück in den Story-Modus und diesmal ist eine andere Katze dran. Nehmen wir mal die schlaue Katze. Hier, den Schlaubi-Schlumpf unter den Katzen. Vielleicht müssen wir heute richtig smart sein. Wer weiß, worum es geht. Den Ayers Rock haben wir überwunden. Eier, wir brauchen Eier. Und jetzt ist der da dran. Was will er uns sagen? Ah, er will ein Foto von uns machen. Einmal bitte lächeln. Oh. Oh, was? Nette Unterwäsche. Eisenbahnfahren. Die Zeit läuft uns davon. Wir müssen so schnell wie möglich zurück nach Tokio. Weiche den Hindernissen auf den Schienen aus, indem du dich zur Seite lehnst oder hinüberspringst. Oh Gott. Damals habe ich im Stream einen GG Easy First Try geschafft. Das Ganze habt ihr auch hier auf YouTube gesehen. Ich bin gespannt, ob mir das heute gelingt. Gucken wir mal, ob wir einen GG Easy First Try hinbekommen. Mal wieder ohne Nunchuck, würde ich sagen. Ich komme hinein. Nein, ich fange nicht wieder so an mit dem Kommentar-Stil. Nein. Ich bin die Ruhe selbst. Mir kann nichts passieren auf meinem Wege. die absolute Nummer 1 zu werden in diesem Spiel. Hier, guckt euch doch an hier. Ganz locker, flockig. Aua. Ganz locker, flockig sage ich. Aua. 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 Nein. Ja. Haha. Haha. Nein. Haha. Ich kann nicht einfach nicht kommentieren. Es ist unmöglich, diese Mission zu kommentieren. Es ist... Eigentlich ist es schon möglich. Man sollte sich nur nicht so anstellen. Erst recht nicht, wenn man den Scheiß seit über 11 Jahren macht. Und eigentlich besser zu Gameplay kommentieren könnte nach all den Jahren. Nach all der vielen Übungen. Ich war gar nicht mal so gut. Ich habe ja nicht mal 600 Punkte. Ich fand mich gar nicht so schlecht. Aber egal. Wir haben es geschafft. Es war trotzdem ein GG-Easy-First-Try. Aber da ich nur Dritter bin, ist ein bisschen enttäuschend. Ich gehe auf Beenden. Ich glaube, das war es für heute. Das muss an der Katze liegen, oder? Vielleicht hätten wir doch die Einohrige behalten sollen. Oh oh. Oh oh. Die Strecke ist wohl... Ein bisschen... Zack. Oh Gott. Oh, sind wir jetzt wieder in Tokio gelandet? Nein. Irgendwo anders. Aber... Oh Gott. Was ist hier los? Oh, ich erinnere mich. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, das war auch böse. Das war böse. Das habe ich überhaupt nicht kapiert. Dies ist das höchste Gebäude der Umgebung. Klettern wir rauf, um diese Vögel zu verscheuchen. Verscheuche die Vögel und klettere so schnell wie möglich auf das Hochhaus. Die Vögel schingen wieder. Also, mit dem Landshack... Ja, ich muss ihn wieder anschließen. Verscheuchen. Und... Was muss ich mit der V-Mode... Ich glaube, die muss ich so in ganz leichten Kreisen bewegen. Ich glaube, so war das. Ich probiere es mal. Ja, das sieht gut aus. 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 Die Vögel. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Vögel, Vögel. Das sieht gut aus. 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 Vögel, Vögel. The birds are singing. Isn't it beautiful? Jetzt sind es mir aber langsam ein bisschen viele Birds. Die Vögel, die Vögel, die Vögel. Das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Ein bisschen unfair. Aber egal, ich bin der Erste, oder? Hoch, 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 hoch. Es ist ja wieder so ein Bird. The birds are singing. Aber ich bin trotzdem der Erste. Die anderen kommen gar nicht höher. Ich hab einfach mit 800 Punkten... Guckt euch das an. 184. Ich wette, ja, natürlich. Denen ist wahrscheinlich dasselbe passiert, wie mir auf dem Ayers Rock. Wenn sie da unten hängen bleiben, haben sie verloren. Und sie sind hängen geblieben, weil ich am Anfang zu gut vorgelegt habe. Und deswegen konnte ich das... Also das ist wirklich... Ich glaub, beim Streamen hab ich mich damit so schwer getan. Und jetzt bleibt das hier beim ersten Versuch. Super, und das sogar mit einer richtig guten Punktzahl. Ich freu mir. Oh, 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 oh. Wieso fliegen die hier so niedrig? Das ist nicht gut. Man bekommt da immer ein etwas mulmiges Gefühl. Aber, naja. Oh. Wo geht's nur hin? Ist das der Kölner, du, mitten in der Wüste? Nein, der mit den Stieren läuft. Falscher Ort, falsche Zeit. Dies ist das Sanfermin-Festival. Spring über die Fernseher und rutsche unter den Wänden hindurch, um den Stieren auszuweichen. Sammle Wurfsterne ein, mit denen du auf kommende Wände werfen kannst. Übrigens, solange es lädt, ist das immer unscharf. Und dann wird es auf einmal scharf. Falls es noch nicht aufgefallen ist, warum denkst du, was hat der für eine scheiß Bildqualität? So, okay. Also. Rutschen, springen und schießen auch noch. Ei, 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 ei. Ich bin nicht gesprungen, ne? Hier muss ich es nochmal von vorne anfangen. Moment, so, halt. Hups. Hups. Und hops. 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 Und da, falsch. Und rutsch. Und hops. Und rutsch. Und rutsch. Und hops. Und rutsch. Und hops. Und hops. Und hops. Und rutsch. und springt und springt und rutsch und rutsch und rutsch und hops und hops ich glaube ich sollte auch mal die ninja sterne werfen kann das sein muss ich das eventuell machen kann ich aber ja hey man du hast den anschluss verloren ok 700 haben wir knapp verpasst aber egal wir machen weiter ich darf es ja nicht wiederholen ich kann entweder weiter oder beenden sauerei ok wo geht es denn jetzt hin habt ihr den stier endlich abgehängt nein auf aufs chip nein eher eher keanu fahren oder egal ein kanalrennen die einzige besichtigung von venedig für die wir die zeit haben für die wir zeit haben machen wir auf dem was auch kino darf ich noch mal von vorne lesen entschuldigung ist so unscharf daran liegt dass er die vorlesen kann die einzige besichtigung von venedig für die wir zeit haben machen wir auf dem wasser nindias in die gründe versuche als erster das ende des kanals zu erreichen rechts links rechts links vorwärts rechts links und wie drücke ich muss ich das ich habe das typ auch schon ich habe ich habe musste nach vorne reißen oder so wir werden sehen einfach rechts links recht vorwärts wie gehst du vorwärts ich muss vor zurück und vor zurück und ich bin scheiße ne kapiert gerade nicht was ne guck mal ich mach einfach hier wie man ja ich guck mal weil ich auch eine webcam hab grad ne nochmal von vorne dann wird schon irgendwie hinauern ich muss der sache mehr zeit geben ich muss das so ein bisschen nach vorne gedrückt lassen jetzt habe ich es raus jetzt habe ich es raus dachte ich ja wenn wir uns jetzt gegenseitig behindern ist der rote gleich weg das war ja mal richtig komm jetzt tu mir das nicht an hallo er will nicht er will nicht mehr er will nicht mehr komm übers ziel komm was war denn das ok dann muss ich nochmal von vorne machen hä warum willst du denn nicht irgendwie muss ich ihn doch nach vorne schubsen aber ich habe überhaupt keine ahnung aber jetzt geht es nur dass ich jetzt halt nicht vom rand weg komme jetzt kann ich nicht mehr rudern jetzt schiebe ich ihn nämlich nur noch nach vorne ey guck mal ich lasse mich einfach von den anderen tragen kräftig rudern kräftig rudern ich komme nicht ins ziel ich komme nicht ins ziel ist nicht wahr es ist jetzt nicht dein ernst drehen 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 guck mal der andere kommt auch nicht durchs ziel oh komm jetzt wirklich oh das darf nicht wahr sein aber ich darf trotzdem weitermachen obwohl ich nicht durchs ziel gekommen bin einfach weil ich die punktzahl dafür habe ok was zur hölle das kapiere ich nicht irgendwann weigert er sich einfach weiter zu machen was ich verstehe es nicht egal wir haben Zeit für noch ein Spiel das machen wir jetzt einfach mal das letzte für heute boah ja das war anstrengend gerade oh wieder mit dem Bus na da freue ich mich ja oh je wieder als blinder Passagier oh das ist aber hier nicht gerade das umweltfreundlichste Fahrzeug wenn ich einfach sagen darf oh nein ah oh nein tja hattet wohl nicht genügend Geld da bleibt wohl nichts anderes übrig als eure Schulden abzuarbeiten Irrsinn im Schnellimbiss diese Herren sehen hungrig aus bringe den Kunden ihre Lieblingssandwiches vertrödle aber dabei nicht zu viel Zeit zeige auf ein Kästchen drücke A und schüttle um zu sehen was drin ist und mit B bedienen okay ich mach den Nunchuck wieder ab der ist nur im Weg okay so also A und schütteln okay der will Salat also mein Gamer will ein Salatblatt aber man findet keine Freunde mit Salat okay was will er jetzt hä Moment was halt stopp Neustart was 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 jetzt okay ich seh zwar was drin ist aber erst relativ spät so hier der ist richtig die ist richtig Brot wo ist Brot da ist Brot er will nochmal Brot Käse da war Käse genau Tomate war hier Tomate war hier Tomate war hier Käse war hier Brot war hier äh Fleisch war Fleisch war hier unten glaube ich ja genau Salat war hier Käse war hier Tomate war hier Salat war hier Brot war hier Brot war hier Käse war hier Fleisch war hier oh da war ich sogar richtig dann ist hier Gurke genau dann ist hier wieder Fleisch ah scheiße das war nicht Fleisch Fleisch war hier ne Nee, Fleisch war hier, ne? Nee, Fleisch war hier, ne? Scheiße! Wo war das Fleisch? Wir haben es geschafft, irgendwie. Fleisch war hier, ne? Fleisch war hier, ne? Wo war nur das Fleisch gewesen? Aber wir haben es geschafft. Das ist das Wichtigste. Hey, wir haben Zeit für noch eins. Ey, noch richtig Zeit noch. Boah, geil. Die auch. Ihr achtet bestimmt nur auf den Lolli. Habe ich recht? Ja, natürlich. Ausgerechnet du. Weißt du was? Du bist im nächsten Part dran. Ich versuche, ihn aufzuhalten, aber sie schaffen es nicht. Er ist einfach zu stark. Nein. Wo werden sie jetzt hingebracht? Aha. Ah, jetzt haben wir doch alles, was wir wollten, oder? Wozu eine riesige Robotermaus bekämpfen? Wenn man hier mit zwei echten Mäusen auf dem Rücksitz sitzen kann. Und... Am Lolli schlecken darf. Oh. Wieso werden wir jetzt am... Was? Eine Reise ins Eise voller Scheiße. Wieso werden wir jetzt hier rausgelassen? Eis angeln. Wenn wir schon im Polarkreis festsitzen, können wir auch gleich ein bisschen Eis angeln. Fange so viele Fische, wie du kannst. Bevor du einfrierst. Bitte das Nunchuck. Alles klar. So. Auswerfen. Ziehen. Aufspulen. Ach ja. Muss ich das an die V-Modes so dran halten? Wie das so... Okay. Na gut. Fack. So. Ja. Da habe ich den ersten. Ich habe keine Ahnung, ob ich es richtig gemacht habe. Aber das ist mir... So. Wieder. So. Und. Jawoll. Wieder rein damit. Oh. Seht ihr? Ich werde voll der Angelprofi. Das ist der genialste Angelmodus, den ich jemals in einem Spiel sah. Seht ihr? Gut. Das Auswerfen hat jetzt gerade nicht geklappt. Das ist mir gerade egal. Ja. Wieder 120. Oh. Haben wir da wieder nicht ausgeworfen? An. Jawoll. Oh. Aber die 800 schaffe ich jetzt leider nicht mehr. Oh ja. Oh ja. Ja. Doch. Wir haben sie doch geschafft. Oh. Das war filigran. Total. Gut. Aber ich würde sagen, noch eine Mission machen wir nicht. Heute war das ja richtig Speedrun, sag mal. Aber das ist ja fast unglaublich, was hier heute passiert ist. Oh Gott. Bis auf Kadu fahren. Na gut. Und Essen ausgeben war auch ein bisschen komisch. Aber na ja. Man kann ja nicht. Ich bin ja nun mal kein Alleskönner. Es wird noch kurios bei den Ninja Captains. Aber das Gute ist, haben wir jetzt die halbe Biete? Wie viele haben wir jetzt geschafft? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, von 20 Minispielen haben wir jetzt schon einige hinter uns. Und man darf gespannt sein, was uns im nächsten Part erwartet. Bis dahin. Euer Weehawk.